Hallo miteinander. Das ist meine Joule Tief Nachttischlampe. Die habe ich auch endlich mal fertig bekommen. So sieht das gute Stück innen drin aus. In der Mitte ist der Joule Tief. Rings herum sind die ganzen Zellen. Das sind 1,2 Volt und 2100 Milliampere Zellen. Die hängen alle parallel. Wirst du ungefähr um die 20 AH haben. 1,2 Volt. Hinten habe ich einen Schalter dran. Und hier habe ich eine Klinkenbuchse dran mit einer Diode. Da stecke ich dann das Solarpanel ein. Falls die mal leer ist, stelle das dann ans Fenster einen Tag und dann ist die wieder voll. Kann man hier oben schön über das Poti kann man da schön regeln. Sieht man jetzt nicht so, weil die Sonne hier rein knallt. Aber wenn das abends dunkel ist in der Bude, ist das vollkommen ausreichend. aus Schrott-Teilen zusammengebaut. Ist eine nette Sache. Endlich hat das Joule Tief mal eine sinnvolle Anwendung. mis's. Das ist so, was ich dieses Mal.